Herzlich Willkommen zu diesem neuen Video auf dem Kanal und heute spielen wir mal eine Hormade und zwar late ich weiß nicht wie viele Parts es werden werden aber ja bin ich mal gespannt und jede Folge in ungefähr so 10 Minuten ist für mich eine ich hab sie online gesehen und die Screenshot für mich schon mal richtig geil aus Alter mein Memory spielt auch mal wieder komplett Late left click to play ok lower your brightness turn up ok lower your brightness mache ich jetzt gerade mal so ok ok ich tippe also ok darf ich jetzt bewegen ok brennen kann ich nicht warte mal ich mach ein bisschen das Ding einfach mal lauter Desktop Audio ich hoffe dass es jetzt nicht zu laut wird aber ok die Türen öffnen sich zumindest schon mal ok komm ich hin rein hier komm ich nicht rein hier komm ich auch nicht rein hier auch nicht das ist echt schön gebaut muss ich sagen oh mein Gott geh weg geh weg geh weg oh mein Gott geh weg geh weg geh weg oh mein Gott Oh mein Gott es ist das oh mein gott ich hab extra was nicht aus a familiar ich verstehe gar nichts ja ist das gut gemacht oh mein gott oh mein gott ist das gut gemacht oh mein gott ist das gut gemacht alter das kann ich nicht bewegen jetzt komme ich aus der u-bahn raus ok jetzt werde ich gleich vom auto überfahren ok ich vermute ja mal dann ok ich bin drin oh hallo oh mein gott ist das geil geil oh mein gott ist das geil gemacht sie lieben bewegungen alles die appen der fach es sieht aus wie haus blocks ein ok wo sollen wir reingehen natürlich also falls weibliche zuschauer hier sind sehen eure klos echt so aus guckt euch gegenseitig mit karten zu oder was ok gut gucken wir mal durch die männer ok das ist auch sehr unrealistisch ähm oh mein gott ist das geil oh mein gott sogar die kopfbewegung ich mach mal wirklich jetzt sämtliche resource packs ok ich hab auch kein anderes resource pack ok gut weil das finde ich n ok gut ähm das finde ich ein bisschen cringe dass man da naja eigentlich geht einfach die Tür zu warte mal jetzt die fragt wo ist das büro vom boss irgendwo hier oben hallo bist du mein boss möchte in den aufzug rein oh mein gott muss oh mein gott ist das geil oh mein gott alter ich feiere die map ultra hallo boss wo bist du hallo amy spring mal auf dem rechner rum ist doch in ordnung oder das war es dass ich auf der tasse rumspringen glaubt nicht alter ist das geil ich bin geboren das office wenn finde ich ein test das schön gebaut dieser benner aha weil zeit hier die ganzen wand haben hallo lisa wo weiß ich ja genau wo ist der boss Oh, hey Thomas, how are you? I'm fine, Hugh. The boss is waiting for me, so I should probably get a move on, you know, how he gets. Oh, yep, I know. In case you need to run away, I just updated with your plan. Awesome. It's on my desk. See you later, Thomas, and good luck. See ya, thanks. Oh, hello, Mr. Goodman. Ah, das ist mein Büro hier, Thomas Goodman. Oh mein Gott, hab ich ein geil... Alter, wenn ich so einen geilen Schuh auch in echt hätte. Ähm, wie gut ist der PC, wenn nicht... Wenn gut ist, dann würde ich ihn einfach mal ganz kurz nehmen und wegrennen. Alter, ich hab so... Oh mein Gott, ist das geil. Ist das nice. Ah, wo ist der Boss? Hier? Bist du mein Boss? Alter, die haben alle solche Gaming-Stühle. Ähm... Hm... Aber war ich jetzt eigentlich in jedem Office drüben? Nicht, dass ich jetzt irgendwas... Also, ich war hier drin, hier drinne. Ich war hier drinne, ich war hier drinne und ich war... Ne, hier, Evil... Da war ich nicht drinne. Da war ich nicht drinne. Was ist dem, wenn drinne? Nö. Niemand. Ähm... Ähm... I don't know. Ähm... Ähm... Oh, 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 the report, it's on my desk, I'll go grab it. Later once again? Thomas! This cannot go on. If I don't have this report in the next hour, I won't mind replacing you. For your sake, I hope it's better than the last one. Uff. Also, er ist mir eher vom Chef bekommen. Okay, aber nun würde ich sagen, mit dieser Aussicht, dass ich in mein Office gehen muss, ich kann eigentlich in die andere Perspektive reingehen, leider, ähm, würde ich sagen, beenden wir Part Nummero Eins von dieser Map. Ich finde, die ist ultrageil. Und ja, once again würde ich sagen, wie der Boss gerade eben schon gesagt hat, Like, Abo und Glocke. Und würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ciao, Leute.